Chef, was ist mit mir los? Ich verstehe dich. Ganz komisch alles. Ach, aufstehen. Ich stehe auf, oh Gott. Ich arbeite hier. Ist mein Beruf. Ich weiß nicht. Aber ganz viel arbeiten hier. Ich mache viel Arbeit. Den ganzen Tag arbeiten. Immer dasselbe, jeden Tag. Aber da kann man nichts mehr zu sagen. Ich muss ganz viel arbeiten, sagt Chef. Ich habe auch ganz viel Geld da, aber ich weiß nicht, wohin damit. Ich muss auch kaufen Benzin. Weil teuer, weil teuer, weil teuer. Was machen? Aber egal. Ich mache Arbeit, Dokumente, schreibe und ganz viel. Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Alles teuer. Wo sind meine Stifte schon wieder? Ich weiß nicht. Ich brauche keine Stifte. Ich schreibe hier Tassatur. Ganz gut. Hab ich das Telefon. Hallo? Chef, kommen Sie auch gleich mal? Ach, Sie haben keine Zeit. Ja, kann ich verstehen. Immer arbeiten, Chef. Immer arbeiten. Ich muss hier arbeiten. Ach, was ist das? Programm. XP 98. 98. Sehr schlecht. Warum nicht XP? Windows 10. Aber, Chef, nur altes Programm. Ich nicht mehr. Ist ganz langsam. Ganz langsam. Ich viele Arbeiten, Chef, die ich Lust habe. Aktuelles Programm drauf machen. Ach, warum? Ich egal. Dafür ich mehr Arbeiten, mehr Geld. Alles ist gut. Chef, wo sind Sie schon wieder? Ich kann nicht alleine alles. Ach, Chef, Chef, wo sind Sie? Ich suche unterm Tisch, aber nicht finden. Ach, Chef, wo sind Sie denn schon wieder? Ach, ich mache wieder alles alleine. Oh, Dokumente schreiben, alles machen alleine. Ach, aber ich hab langeweile immer. Ach, was soll ich machen? Chef, was machen Sie denn da? Ach, Sie machen ja nichts. Sie müssen auch arbeiten gehen. Kommen Sie her. Helfen Sie mir. Ja, Kermit. Ach, machen Sie alles alleine. Sie packen das schon. Sie machen das schon. Auch wenn ich keine anderen Mitarbeitern habe. Aber wir haben Bewerbungsgespräche. Die sind auch beitragen. Arbeiten. Einfach nur arbeiten, Kermit. Ja? Keine Pause. Immer arbeiten. Sie nicht nach Hause gehen. Einfach hier bleiben. Wir schlafen Couch und alles ist gut. Kermit. Ach, nicht rumgucken. Wir arbeiten. Wir nehmen Sie Stuhl. Nehmen Sie Stuhl, Kermit. Hier. Ist alles gut dann. Äh, äh, Kermit. Setzen Sie sich da hin. Bitte schön. Ach, Chef. Was machen Sie? Einfach Stuhl hier oben hin. Das macht man nicht. Ich krieg den Stuhl da nicht mehr weg. Ach, Chef. Was machen Sie denn? Chef. Was ist mit mir los? Ich verstehe dich. Ganz komisch alles. Ach. Aufstehen. Ach. Spiegel. Oh Gott. Guck mal, ich hab Buch gefunden. Das hab ich schon lange besucht. Ach, kann ich gleich reinsteigen. Ach, Stuhl jetzt. Ach, hier überall Stuhl. Überall Stuhl haben. Na, hinsetzen. Ich kann in Stehen arbeiten. Bin schneller. Sehr, sehr schnell. Aber Chef will immer, dass ich sitze. Was soll ich machen? Hinsetzen. Hinsetzen, hab ich gesagt. Hinsetzen. Hinsetzen. Ist irgendwie gemüglich. Aber in Stehen kein, schnell arbeiten. Alles ist gut. Buch, Dokument, alles reinschreiben. Was wir heute gelernt haben. Hinsetzen. Hinsetzen. Ach, grün wie ich. Buch ist grün wie ich. Alles ist gut. Weiter arbeiten. Was haben wir denn noch hier? Ach. Oh, guck mal. Oh, Windows. Oh, Feierabend. Abgestürzt. Chef, kommen Sie. Windows durchstarten. Besser Windows 10. Ist besser. Ja, Kermit. Was machen Sie schon wieder? Windows wieder kaputt. Oh. Ihnen kann man nicht mehr helfen. Ja, das mach ich morgen. Heute nicht mehr. Machen Sie Feierabend. Legen Sie sich einfach auf die Couch hin. Wir sehen uns dann morgen. Oh, endlich Feierabend. Oh, aber erst mal nach Hause gehen. Leider Coach. Oh. Geh ich auch gern zu Hause.